also vielleicht schaffen wir noch ein paar level zusammen wenn wir das spiel wird auch nicht ganz so lang sein nehm ich mal stark an oder auch nicht warum ist diese tür offen so was unvorsichtiges die cops können jederzeit aufkreuzen so was unvorsichtig fangen und die fans siehst du die bereiche die voll im schatten liegen solange du dich an stellen aufhält die so dunkel sind bist du für deine feinde nicht sichtbar interessiert drauf wo kommt man hier irgendwie steuerung ist komplex steuerung boah das ist ja nervig noch ein kombo bbx das müssen wir jetzt machen weil sonst der typ entkommt oder was ich könnte mir jemanden schuss gebraucht ja man hat dich entdeckt was soll der aufzugspinner ja du sollst nicht kommen du sollst laufen wo steckt er hier bin ich meine oma doch irgendwie das ist auch eine methode schnell zu reisen wenn wir doch noch so ein rotes dingerchen rotes bei die zeichen der freak will mit uns spielen so jetzt gibt es auch der freak will mit uns spielen wow das ist ja noch mehr aua das ist ja ehre hey yeah rodeo hier fang hier fang hier fang fang ach so du hast die knarre wupsi boin 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 das war eben gerade das selbste zum einige objekte kannst du aufheben und werfen wenn du bei solchen objekten die schlagtaste drückst hebst du sie auf drück die schlagtaste noch einmal und du wirfst mit der tritttaste wirfst du den gegenstand sofort ähä schöne sache wii pang uh was ist das du kannst gegner einspinnen indem du die y-taste gedrückt hältst sie sind dann für eine weile bewegungsunfähig sie können sich aber freikämpfen pass also auf ok was war das oh der spinne bleib stehen du mörder hä was zum lass dich nicht durch klar der kommt hier nicht rein also eigentlich da weniger leute in erinnerung im film bist du vom zirkus wirst du ein arschloch wer ist das ich bin das beide und du du bist mal eine beutel ich war fang 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 wird im schaltpult fehlt eine sicherung ich werde sie zurückholen müssen wenn ich durch die tür will ja es wäre ganz gut müssen wir das auch immer braucht so wie kommen wir jetzt hier weiter der sonne überlebt das ist aber nicht gut getan wir brauchen wieder eine andere spinne wenn du auf dem boden eine lüftungsklappe siehst schau nach oben vielleicht ist über die ein lüftungsschacht lüftungsschächte bahnenwege zu schier unerreichbaren bereichen achte auf lüfter in wänden und an der decke okay machen wir machen wir das jo das machen wir finden wir wieder so eine rote spinne weil wir haben gern wenig energie ich muss unbedingt dadurch irgendwo muss man doch den strom abschalten können ja irgendwo stimmt hier achte dann wieder fragezeichen okay nur für den fall dass du es noch nicht weißt du kannst schalter betätigen indem du dich gerade davor stellst und die schlagtaste drückst versuch es mal man weiß nie was passiert okay ja das ist so wie wie ein unterricht wo man pc lernt wie man kommt sie an und ausschaltet genauso überflüssig das sollte es gewesen sein und jetzt schnappe ich mir bens mörder genauso überflüssig bau 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 明 schaltpult fehlt eine sicherung ich werde sie zurückholen müssen wenn ich durch die tür will aber auch nur weil wir es können Da geht's weiter. Was haben wir hier? Wer ist da? Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ich muss den Schalter finden. Ich habe leider die falsche Richtung gedrückt. Mal sehen, wo wir jetzt wieder anfangen. Wir müssen wieder in der Lagerhalle anfangen. Ich habe die Kontrollpunkte besser verlegt und ich habe unrecht. Da müssen wir anfangen. Hä? Warum ist diese Tür offen? Man, sowas und... Ja, sehr geil. Schönes Ding. Also, das lassen wir jetzt mal das Fragezeichen. Das kennen wir ja schon. Hey, du! Aus dem Weg gleichsetztes, was? Bist du vom Zirkus? Bist du vom Zirkus? Oder fast schon so vor. Wenn dann der Knarre... Der hier. Der hier. Der hier. Der bloß weg. Der bloß weg. Ich laber nicht um. Ich laber nicht um. Wir binden dich mal ein bisschen. Ja, das ist ja viel besser als das letzte Mal. Das lief gar nicht schlecht. Aber wo ist seine Heilung? Wird nachher eine Heilung gebraucht? Dann geht's. Dann geht's. Was soll der Aufzug spielen? Hä? Wer ist das? Wie? Wie? Ab und zu läuft aber echt scheiße. Steuern ist ein bisschen hartlich. Der Freak will mit uns spielen. Ja. Oh. Jetzt gibt's alles. Du groß. Hä? Da war noch der mit der Knarre. So. Jetzt will ich aber noch mal zurück. Noch mal die Energie holen. Und... Achso. War denn noch irgendwo so ein... So ein Spidey? Nee, ich glaube das war nebenan. Oder? Ey, mich da jetzt. Nee, es war nebenan. Oder war nebenan? Aber egal. Wir machen weiter. Wir machen das Beste raus. Gut. Fragezeichen muss ja nicht noch mal hören. Äh, nee. Ich war nur die Spinne. Ding! Bleib stehen du Marder! Was zum... Lass dich nicht durch! Klabos! Der kommt hier nicht rein! Du kommst hier nicht rein! Du kommst hier nicht rein! Du kommst hier nicht rein! Hey, du! Ja, ich! Du leben damit? Oh! Der Freak will mit uns spielen! Hey, das ist meine Reifen! Ich habe aber gerne ein paar Fragen. Aua! Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wir fangen mal. Das hat wir. Wui. Wui! Ich finde das lustig! Es wird noch ein Ne! weil ich glaube für die däger gut sind aber wenn sie trotzdem hat was willst du hier eigentlich weiter geht es entscheidend schritt hier noch was ne da war nur ein fragezeichen ich muss unbedingt dadurch irgendwo muss man doch den strom schlauen ansage das sollte es gewesen sein und jetzt schnapp ich mir bens mörder sorry musst du kurz was nachschecken so jetzt geht es weiter nicht vergessen die tätig im schaltpult fehlt eine sicherung ich werde sie zurückholen müssen wenn ich durch die tür will und stelle müssen wir gleich mal was soll das soll der geist hat dass du die kopfnüsse bestellt hast du kopfnüsse bestellt können wir nicht lang das elektrizität da brauchen wir den schalter bist du vom zirkus du solltest mir dankbar sein dass ich die tür zugemacht habe spike hätte dich hinter der tür hast du eine große klappe da muss ich rein nur welcher weg führt dahin der hier soviel zu dem thema jetzt hole ich mir die sicherung ich sehe noch was was wir nehmen können junge du bist weiter wenn du wirst mir erzählen was ich glaube bretter zur seite schließen schlagen kannst das ist ja ein arm nur armut zeugnis